Musik Keiner will sterben, das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da? Musik Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren. Du musst das doch wissen, kannst du mir das mal erklären? Musik Also warum müssen Soldaten losmarschieren? Um Menschen zu ermorden, mach mir das mal klar, wozu sind Kriege da? Musik Herr Präsident, ich bin jetzt zehn Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt, wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt? Musik Musik Sie laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um Sie stehen sich gegenüber und könnten Freunde sein Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot Musik Ich bin das so bekloppt, warum muss das so sein? Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt? Musik Sie werden gefragt, ob sie das so wollen Oder geht's da auch um Geld? Wie die Geld für die wenigen Bonzen, die Panzer und Raketen bauen Und dann Gold und Brillanten kaufen für ihre eleganten Frauen Musik Oder geht's da nebenbei? Auch um so religiösen Zwist Dass man sich nicht einig wird Welcher Gott nun der Wahre ist Oder was gibt's denn auch für Gründe Die ich genauso bescheuert find Naja, vielleicht kann ich's noch nicht verstehen Wozu Kriege nötig sind Ich bin wohl noch zu klein Ich bin ja noch ein Kind Ich bin ja noch zu Fantasien Das Spiel steht in der Vernon Ich bin ja noch ein Kind Ich bin ja noch ein Kind